Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir sitzen mal wieder in meinem Büro, was ja zur Folge hat, dass wir mal wieder uns die Neuzugänge aus dem Vorjahr ansehen. Das heißt, alle Neuzugänge aus dem November 2019, 15 wohl an der Zahl. Das hat mir zumindest meine Statistik aus dem letzten Jahr schon verraten und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Bücher es sind, welche ich gelesen habe, welche noch auf dem Sub sind und vielleicht auch warum. Und gemeinsam stellen wir uns dann die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Und ja, ich denke, wir starten jetzt einfach gemeinsam mit dem Rückblick. Aus irgendeinem Grund ist die Steffi mal wieder unscharf. Ja, das macht meine Kamera ja immer mal. Ja, das erste Buch ist Zimkebeck und Winterküsse. Und ja, es ist natürlich so, dass da Winterweihnachtsgeschichten bei mir eingezogen sind, wurde im letzten Jahr auch von mir gelesen, hatte ich als E-Book. Und ich kann mich ehrlich gesagt aber an nicht mehr sehr viel daran erinnern. Ich weiß gar nicht, ob das, also ich habe drei, vier so winterweihnachtliche Geschichten gelesen und irgendwie vermischen die ja dann so ein bisschen auch im Kopf. Aber es ist definitiv gelesen gewesen, hatte mich angesprochen. Ich glaube, weil es auch irgendwie in einer Skihütte spielte und ich bin mir aber gar nicht mehr sicher, aber es ist gelesen. Auch das Glück liegt unterm Weihnachtsbaum. Das hat mir unglaublich gut gefallen von Mina Teichert. Ich habe dann auch noch irgendein anderes Buch von Mina Teichert gelesen. Fand ich richtig niedlich mit dem Hund, der so ein bisschen für Voraussorgt, weil er läuft. Also er geht im Grunde seinen Besitzer verloren und in der Nachbarschaft findet ihn eine junge Frau, die eigentlich gar keinen Bock auf Weihnachten hat. Und dann erkennt sie aber auf dem Profil von jemandem, glaube ich, auf Facebook oder Instagram diesen Hund wieder. Und so kommt natürlich auch ein bisschen eine Liebesgeschichte zustande. Aber das ist gar nicht alles, was diese Geschichte so trägt, sondern eben auch so ein bisschen die Probleme, die die Familienmitglieder haben und auch mit Weihnachten zum Teil haben und die auch die Protagonistin hatten. Und ich fand, dass das eine ganz niedliche Geschichte war, die definitiv zur Weihnachtsstimmung beigetragen hat. Wie ihr seht, ich erinnere mich auch ein bisschen mehr. Ja, dann ist Halte mich hier von Katinka Engel eingezogen. Das müsste der zweite Teil, genau, der zweite Teil der Reihe sein. Die Reihe hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe ja jetzt auch Love is Loud und Love is Bold gelesen im Oktober. Und mir hat auch diese Geschichte gefallen. Da geht es ja so ein bisschen um zweite Chancen. Wir haben hier in der Regel Jungs, die irgendwie schon mal im Gefängnis waren oder vorbestraft sind im ersten und auch im zweiten Teil und dann eben aber ihr Leben einfach irgendwie auf die Reihe bekommen. Hier haben wir, glaube ich, den Koch. Ja, der, ja, ich glaube, einen Koch. Und der trifft auf ein reiches Mädel. Ich glaube, Zoe, die wir auch aus dem ersten Band schon kannten. Und ja, sie soll hier im Grunde sich den Richtigen raussuchen. Und ja, da wird im Grunde, ja, hier der Auserwählte nicht so von der Familie akzeptiert. Aber ja, war eine schöne Reihe, war eine tolle Geschichte. Auch die Cover optisch richtig schön ergeben. Ja, diese so ein Endlichkeitszeichen, was ich richtig toll fand, habe ich als echte Bücher hier gehabt, habe ich dann an die liebe Christine weitergegeben, weil die sie auch lesen wollte. Und ja, hat mir aber sehr gut gefallen. War ein bisschen erwachsener ist New Adult, was mich überrascht hat. Und ich glaube, den ersten Teil hatte ich ja letztes Jahr auch in meinem Urlaub gelesen. Und der dritte kam dann ja auch relativ zeitnah raus. Also haben mir alle drei gut gefallen, auch der zweite Teil. Und ich kann auch die neue Reihe von der Autorin empfehlen. Haben mir beide Teile bisher auch super gut gefallen. Mit ein, zwei kleinen Kritikpunkten. Aber ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich freue mich auf den dritten, der jetzt, glaube ich, auch Ende November herauskommt. Und ja, also definitiv eine Autorin, die ich im Auge behalten möchte. Winterfanelle von Manuela Inussa. Ja, ich hatte der Autorin noch mal eine Chance gegeben. Ich hatte ja diese, ja eine Reihe begonnen mit dem Teeladen und dem Strickladen und die da irgendwo spielte. Und ich fand ihren Stil ja doch eher ein bisschen sehr langsam, sehr langweilig, sehr langatmig. Und ja, leider ging es mir mit Winterfanelle ähnlich. Da sind wir ja irgendwo in Kalifornien, wenn ich mich recht erinnere, auf so einer Fanille-Plantage. Und irgendwann bin ich irgendwie ausgestiegen. Mir hat die Geschichte leider gar nicht gut gefallen. Und ich habe dann auch diese Reihe nicht mehr weiterverfolgt. Ich glaube einfach, dass der Stil von der Autorin und mir irgendwie nicht zusammenpasst. Ich weiß, dass viele ihre Geschichten mögen und lesen, auch in meinem Freundeskreis. Und das freut mich. Also es ist gar nicht so. Aber manchmal ist man eben irgendwie nicht kompatibel und so geht es mir. Uh, und hier ist dann das erste Buch, was ich noch nicht gelesen bzw. gehört habe. Der unsichtbare Freund von Stephen Chbosky. Es ist ja ein Buch, was absolut auch gehypt wurde im letzten Jahr. Er erinnerte ja irgendwie wohl auch an den Stil von Stephen King. Und hat eben auch so etwas Mysteriöses mit Kindern oder dem Jungen, der irgendwie hier ist. Ich kann tatsächlich noch gar nicht sagen, warum ich noch nicht dazu gegriffen habe. Vielleicht war mir der Hype irgendwie zu groß. Manchmal hat man das ja dann unterschwellig, dass es einen dann irgendwie nicht mehr hinzieht. Das Cover sieht auf jeden Fall schon mega aus. Und ich glaube, es wird auch gesprochen von David Nathan. Vielleicht ist das irgendwie jetzt was für den Herbst, Winter. Würde mir auf jeden Fall gut gefallen, weil ich nach wie vor glaube, dass das eine Geschichte ist, die auch mir gut gefallen kann. Weil wenn es eben so ein bisschen größer ist und ja, kann ich mir schon vorstellen, also auch länger und viel passiert und auch der ausschweifende Stil. Sowas mag ich ja tatsächlich ganz gerne. Und ja, also das erste Buch, was ich noch nicht gelesen habe. Und Steffi ist immer noch unscharf. Ja, das Biest in ihm habe ich mir, glaube ich, in Würzburg gekauft. Ich glaube, da habe ich, ja, das habe ich da auf jeden Fall gekauft. Und hat mir von der Optik sehr gut gefallen. Von der Haptik war es ein bisschen blöd, weil jeder Fingerabdruck zu sehen war. Ist ja im Grunde die Geschichte jetzt von Bell, die wir ja aus dem Schönes Biest kennen. Aber es ist eben seine Geschichte. Und mein Problem war hier, dass er im Grunde die Geschichte einfach nochmal erzählt und kaum andere Gedanken dazu hereinbringt und nur ein bisschen Hintergrundwissen bringt. Ja, Einer wird sterben von Wiebke Lorenz habe ich mit der lieben Christine dann getauscht. Das hatte sie mir mitgebracht. Habe ich jetzt auch gelesen. Ich glaube, im August war ein guter Thriller. Aber ich glaube auch so mit ein, zwei Dingen, die mir nicht ganz so gut gefallen haben. Aber hat mich auf jeden Fall unterhalten. Und dann müsste es aus Würzburg jetzt eigentlich genau noch ein Tauschbuch geben. Die Tiefen deines Herzens. Das hatte ich ertauscht. Habe ich auch gelesen. Hat mir aber nicht ganz so gut gefallen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es beendet hatte oder ob ich es abgebrochen hatte. Irgendwie war es irgendwie nicht meins. Also ich kriege auch nicht mehr zusammen. Ist auch schon ein Weilchen her. Aber ich weiß, dass ich es dann nicht beendet habe und ich es tatsächlich sehr, sehr schade fand. Weil auch auf dem Treffen selbst dann ganz viele davon geschwärmt haben, dass sie das Buch kennen und ihnen sehr gut gefallen hat. Ja, dann ist Redwood Dreams bei mir eingezogen von Kelly Moran. Das müsste ja dann wahrscheinlich der vierte oder fünfte Band gewesen sein. Weil Band 1 bis 3 war ja Redwood Love und Dreams war dann Band 4 und 5. Da geht es ja nicht mehr um die Tierarztbrüder, sondern wir haben ja einmal einen Feuerwehrmann und einmal einen Polizisten aus Redwood. Und ich mochte beide Geschichten. Ich kriege sie jetzt nicht mehr auseinander. Ich kann jetzt auch nicht den Untertitel erkennen, ob es Band 4 oder 5 ist. Mir haben beide Geschichten unglaublich gut gefallen. Ich mag diese Redwood-Reihe. Und ja, Band 4 und 5 sind auch noch in meinem Buch egal. Es sind wirkliche Highlights, die so ein wohlfühliges Gefühl in einem ausgelöst haben. Und so Wärme und so Geborgenheit und eine wunderbare Geschichte, tolle Charaktere. Und auch dieses Redwood war einfach richtig, richtig schön. Also eine Reihe, die ich absolut empfehlen kann. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Die letzte Reihe von Kelly Moran hat uns ja nicht so gefallen. Ja, Dash & Lily war eine Empfehlung sowohl von der lieben Kerstin Merkel, meiner Buchhändlerin des Vertrauens und einer lieben Freundin. Und war auch eine wunderbare Winter-Weihnachtsgeschichte und die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Hier geht es ja um zwei Jugendliche, die im Grunde über ein Buch sich austauschen, indem sie Briefe reinlegen. Und das hat mir super gut gefallen. Es war richtig zauberhaft, niedlich und auch so, ja, auch vom Stil her richtig schön. Und ich habe jetzt irgendwie auf Netflix, glaube ich, gesehen in der Vorschau, dass es dazu eine Serie geben wird oder soll. Ja, die würde ich mir auf jeden Fall auch ansehen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon im November gestartet ist oder noch startet. Und die fand ich aber auf jeden Fall auch richtig, richtig schön. Und ja, war eine tolle Geschichte. Kann ich zur Winter-Weihnachtszeit auf jeden Fall empfehlen. Wer da ein bisschen auch was Gefühliges sozusagen mag, der ist da auf jeden Fall auch richtig. Ja, von David Mitchy ist die drei magischen Worte eingezogen. Und dabei geht es nicht um Ich liebe dich, sondern Es war einmal. Wir haben hier Märchen, die im Grunde so ein bisschen auf den Buddhismus und auf, ja, im Grunde diese Philosophie weitertragen. Und das hat mir super gut gefallen. Ich bin ein Riesenfan von David Mitchy. Seid der Katze des Dalai Lama. Müsste ja jetzt im Oktober, November irgendwann das neue Buch von ihm herauskommen. Oder ist es schon herausgekommen? Er wird auf jeden Fall auch noch bei mir einziehen. Freue ich mich auch sehr drauf. Und ich habe auch noch ein englisches Buch von ihm jetzt hier. Das sollte ich mir mal in Erinnerung behalten. Da geht es um die Corkis, die Hunde der Queen. Und ja, man hat bei David Mitchy halt immer so wirklich diese Philosophie des Buddhismus und das so wunderbar in Worte gepackt und nicht irgendwie mit erhobenen Zeigefingern oder Ähnlichem, sondern wirklich sehr angenehm und schön. Und ja, von Svenja Lassen ist Küss mich, solange es schneit, eingezogen. Ja, auch wieder eine Winter-Weihnachtsgeschichte, auf die ich mich gefreut habe. Ich habe schon ein, zwei andere Bücher der Autorin gelesen und hatte mich hier natürlich sehr auf das Winter-Weihnachtsbuch gefreut. Hat mich auch gut unterhalten. Also das kann ich tatsächlich sagen. Ich mag den Steve von Svenja Lassen immer gerne. Ich habe manchmal so meine Probleme mit der weiblichen Protagonistin. Kann mich jetzt hier aber gar nicht erinnern, dass mir das negativ oder so aufgefallen wäre. Aber das hat mir auf jeden Fall, ist in positiver Erinnerung. So viel kann ich sagen. Und wenn ich jetzt so das Cover nochmal sehe, denke ich auch richtig, richtig schön. Ja, ein Highlight von John Mars. The One findet ein perfektes Match. Ist ja jetzt auch erst letztens bei mir als echtes Buch eingezogen durch den Tausch. Wir haben hier ja im Grunde so eine Science-Fiction-Welt, wo es eben um den DNA-Abgleich geht, dass man den perfekten Partner eben darüber findet. Und hatte verschiedenste Perspektiven und die wurden auch wunderbarst vertont. Da ich jetzt eben jede Perspektive eine andere Stimme hatte, fand ich großartig. Und mit der Passengers hat uns ja John Mars in diesem Jahr dann auch begeistern können. Und ja, fand ich ja wirklich Hammer. Also hat mir unglaublich gut gefallen und hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Ich bin so happy, dass dieses Buch auch in meinem Regal steht. Fürs nächste Jahr ist ja schon, glaube ich, ein Buch angekündigt. Bei mir ist jetzt letztens dann auch Die Gute Seele eingezogen. Das ist zwar ein Buch, was jetzt nicht so in dieses Universum greift, aber auch sehr begeisterte Stimmen hat. Und was es, glaube ich, für 2,50 Euro so bei Amazon gibt. Also das, ja, habt ihr vielleicht dann auch schon in dem einen, in irgendeinem Neuzugang gesehen. Wahrscheinlich war es der Oktober. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich mir das nach dem Hangout geholt habe. Das kann durchaus sein. Ja, und dann ist der dritte Teil der Zeiss-Trilogie eingezogen. Das Vermächtnis der Ältesten von den Schustermännern. Ich glaube, ich muss dazu gar nichts mehr sagen. Ich habe schon so, so häufig über Zeiss geschwärmt. Es ist ja bei mir sowohl als Hörbuch als auch als echtes Buch eingezogen. Und ich war ganz froh beim dritten, dass es das mit dem Wende-Cover gab. Ursprünglich ist man ja auf die Original-Cover, die amerikanischen Cover gegangen. Und ich liebe ja aber diese Metall-Ausgaben. Und meine erste und zweite Fassung ist im Grunde auch so. Und ich liebe dieses Buch. Ich liebe diese Reihe. Und auch wenn der vierte Band doch so eine andere Richtung ein bisschen eingeschlagen hat, als was man vielleicht so als Fan erhofft hatte. Hier sieht man es auch nochmal. Fand ich es doch einfach mega großartig. Eine grandiose Trilogie. Eine Wahnsinnswelt, die erschaffen hat. Eigentlich eine Utopie, die zu einer Dystopie wird. Und wo der Tod im Grunde nicht mehr existiert. Und ich liebe, liebe diese Reihe. Ich bin da wirklich total geflasht und begeistert. Und ich bin so gespannt, was demnächst mal wieder von Neil Shusterman herauskommt. Und ja, dann von Benjamin Pivko. Man hört nur mit dem Herzen gut. Hier haben wir ja einen taubstummen jungen Mann, den ich bei Let's Dance entdeckt hatte. Und ich sehr beeindruckt von diesem Menschen war, der im Grunde mit dieser Behinderung so durchs Leben geht, so stark und mutig und sich sogar das Tanzen getraut hat. Und wenn man es nicht gewusst hätte, hätte man in vielen Momenten nicht geahnt, dass der Mann eigentlich gar keinen Takt oder Ähnlichem hört. Aber ja, definitiv großartig und war eine wunderbare Biografie. Ich finde es immer schwierig, das Leben eines anderen zu bewerten. Aber ja, hat mich auf jeden Fall gut unterhalten. Und das waren sie jetzt auch schon, die 15 Neuzugänge. Ich habe einen Finger erhoben. Und ja, ein Buch, das nicht gelesen wurde, der unsichtbare Freund von Chboski. Okay, was ich mir jetzt auch einfach mal irgendwie in die imaginäre Leseliste setzen werde. Ja, freut mich, dass diesmal doch auch wieder so gut ausgefallen ist. Ich glaube, eins von 15 Dacke mit kann man absolut leben. Und ja, ich glaube, da kann man gar nicht so richtig darüber meckern und finde ich tatsächlich ganz gut. Und ja, ich bin gespannt. Vielleicht habt ihr das Buch ja schon gelesen. Dann könnt ihr jetzt gerne in den Kommentaren schwärmen. Und auch natürlich über die anderen Bücher können wir uns gerne austauschen. Und vielleicht auch, wie ihr euren Sub verwaltet. Ob ihr da einen Überblick habt, ob ihr eure Neuzugänge eintragt und trackert. Das würde mich natürlich wie immer sehr, sehr interessieren. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.